Unser Anflug führt übers Wasser. Unser Flugziel hat einen riesengroßen Flughafen mit zwei parallelen Stadt- und Landebangen. Das Zielgebiet, was wir heute suchen, liegt im Urlaubsgebiet Riviera Maya. Wenn ich in dieser Destination bin, esse ich am liebsten Guacamole. In der Sprache der Ureinwohner bedeutet der Ort Schlangen-Nest. Die Destination ist bekannt für Enchiladas, Fajitas, Burritos oder ähnliches. Dummerweise ist mein Leibgericht Sushi. Die Amtssprache ist Spanisch und an Land finden sie viele dieser wunderschönen Gewächse natürlich größer. Im Frühjahr ist dies ein beliebtes Ziel bei den Amerikanern. Dort wird der Spring Break gefeiert. Ja, das Schönste, was ich mit der Destination in Verbindung bringe, sind die Nasenbären. Die Nasenbären laufen überall rum, meistens in großen Gruppen. Vorneweg Mama, Papa, hintendran die ganzen kleinen Nasenbären. Damit Sie das Ziel leichter erwarten können, helfe ich Ihnen nun ein wenig mit drei Buchstaben. Diesen September Break gefeiert. Entschuldigung. Die Nasenbären. In der Frühjahr-Klebe. In der Frühjahr-Klebe. In der Frühjahr-Klebe. In der Frühjahr-Klebe. Töneweg. Im Frühjahr-Klebe.